ARD Text im Auftrag von Funk Ich nicht Passiert ihr sowas öfter? Ich würd ja gerne feeden, aber ich komm nicht rein Das sterb ich gar nicht als erstes Was soll ich denn jetzt machen? Du bist ja eh nur der Jungler, zum Glück Du schaffst dann keine Lane Oh, als Gideon ist doch easy Der ist doch eh vor dir oben, einfach Last Hits machen gut ist Echt? Hattest du nicht letztes schonmal sowas? Ich kann nichts machen Bitte Ja Loll das war doch, das war doch eh Du gehst nur hin Camp Du gehst nur hin Was macht denn der Iggy? Keine Ahnung Du gehst zu irgendein Camp Both Sonic Red Buff Bei die Gegner Was geht denn ab mit euch? Gucken wo du aus der Gruppe entfernt Hier ist ne Moly Willst du die machen alter? Ich bin nicht im Reisemodus alter Ja, ja, ja Oh man Ich bin hier V-Level 1 Boom Direkt Report Ja der ist irgendwie nach links Oh, Token direkt hier Hier ist die Moly wieder Im Spiel getrennt Crooks hab ich jetzt hier in der Mitte irgendwie Ne, die kriegen wir nicht Alter die Minions die fressen mich Ah, was geht ab? Aber sie hat ein Worte gestellt Macht die mal kaputt Ja Wir kommen da noch Da ist noch einer Kev Wer ist denn das? Sparrow Kannst du da nicht wundern, so? Naja Okay, dann Ja, 6. Dezember Ne, wie gesagt, deswegen Heute die letzten Folgen die ich aufnehme Entweder diese oder noch eine Ja Und dann muss ich die alle noch raushauen Weil das will ja keiner mehr sehen Wenn die neue Map rauskommt, ne? Verständlich, oder? Oder kommt Camera? Hm Ja Verständlich Wobei ich... Ah, Camera Das heißt, wenn die Map rauskommt, ne? Bitte ist miss Glocken wir alle zusammen und oben rum So wie sonst auch immer, geil Und es gibt auch noch keine Videos von... Alter Ja Alfa? Aua Ich hab mal letztens auf dem Youtube Channel geguckt, du warst irgendwie seit Jahren kein Video mehr gemacht, oder? Ja, ja Bist du da war irgendwie so ein Giveaway von Dings? Ja, ja Von den Codes, die wir damals zu hunderten geschlossen haben Wo habt ihr die eigentlich hergeauft? Codes, mein Beste, man Ja, man Da gab's so eine Seite, die dir verschenkt haben Wenn du deine E-Mail eingegeben hast, dann hast du am Gewinnspiel teilgenommen Das heißt, du hast direkt einen bekommen Und kämpf erstmal 80 E-Mail-Adressen hin Ich hab hier eigenen E-Mail-Server, oder? Und sobald, ähm Ich hab bald ein E-Mail angegeben Ja Zum Beispiel Paragon1 At vsgaming.com Ja Die gab's aber nicht Aber mein E-Mail-Server registriert halt automatisch Ich hab halt so eingestellt, dass wenn eine E-Mail reinkommt Existiert, wird einfach ein Konto erstellt mit der E-Mail und zack, fertig, so Sprich, ich müsste dort einfach alle E-Mail-Adressen reinschreiben und dann nur noch abfragen Und dann hatte ich ja so 80 Codes oder so Ja, brauchst du jetzt wohl nicht mehr, hä? Ich hab immer noch 30 davon, aber, hä? Boah, da spielen wir einmal mit Profis Oh, fuck, jetzt bin ich Dann macht's ja auch Befrieden, bevor ich drin bin Ne, das war's Oh nein Einmal mit Profis, ey Ich liebe es Da-da-da-da-da-da Aber gleich, wenn Kev seine Ulti hat, dann gewinnen wir Ja Bist immer noch nicht drin, ach du Scheiße Ja, gleich, wenn ich drin bin, dann Ja, egal, die ersten Level holt man schnell auf, nur die Kartenpunkte sind halt mies Äh, wo bist du denn, Kev? Oh, ist Chimera nicht ein R? Ähm, die Chimera kurz bearbeiten hier Weiß nicht Sieht man nicht so genau Gehen mit aufm Weg, kannst ruhig gehen Ich will jetzt mal die Ah, die erkennen Die Tra-trulla Oh, der Krux ist da Guck, ist der Bucke beigedreht, nur Token Los, ey, läuft Da hinten ist grad einer den Weg hoch Na ja Oh Jetzt Das ist so ungewohnt, wenn wir die ganze Zeit Smite spielen Hä, warum spielst du Smite, also? Die Power run, ey, das ist so verschick Warum spielst du auch Smite? Alter, bist du verrückt, du hast gar keinen Mana, ich hab keine Kartenpunkte Hörger auf die Spyro Das ist der Plan Ja, nee, warten wir ab Das ist ja alles eine Vorarbeit für die neue Map Ja, ich würd's mir Ja, ich würd's mir Würd's mir auf jeden Fall anschauen, wenn Mit'n Fetch Aber Dann Da hat meine großen Unverständlich Ich hab immer Mercury Oder wie heißt der gespielt Wie heißt denn der Typ? Dieser, dieser Postbote, der so mega schnell ist Ja, oder ja, genau Der ist so cool gewesen, der Typ Oder Cupid, alter, auch geil Oh man Cupid war auch ein cooler Dude Ja Mitte ist miss Bangel ist noch nicht guter Hä, was machst du denn? Lädt das immer noch, oder was? Guck Was geht er? Ja, er hängt glaube ich bei 95% Ich hab nen GTFO Oh Kann doch nicht sein, dass der von meiner Ulti so wenig Schaden bekommt Ich hab schon Ultis Ich will mal reinjoiten Watch nen Back Sonic Ja Kann aber ulten Oh, kannst du mich ulten, alter, hier Ich greif die Dings an Lächerlich Scheiße, ich glaub wir kriegen dich nicht Ja, ja, gleich Komm zurück Jo Go, go, go So lass mal den, den, äh Ward da wegmachen und dann muss ich gleich mal weggehen Ich brauch noch ein paar, ich brauch noch ein paar Last Hits Ich mach grad den Ward weg Ich weiß nicht wo der Camera ist Mhm Warum ist denn keiner Mitte? Nice So haben wir keine, ach so Ja ich geh schnell aufstellen Loll 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 Guck mal diese, die Sounds hör ich ne Enemy has been slain, so'n scheiß hör ich aber Wenn du das Spiel nochmal ausmachst, mach mal an Mh Ach der Also ich bin in Level 5, aber das ist schon einer Level 6 Level 7, Iggy Was, Level 7, Alter, Level 8, kein Mera, was geht denn ab? Ich hab schon nen Kill Ich hab schon nen Kill Okay, Chimera Chimera da Lie Ja, aber, keine Ahnung, Jungle Äh, die Farmen jetzt ja Jungle sind immer die höchsten, also von daher Er kann ja beide Jungle machen Rechts verteilt Naja, der macht grad links den Tower Warum bin ich denn nur Level 5? Was geht denn hier ab? Ja, sie machen halt alle Wards kaputt jetzt da Aber egal, wir haben eh kein Jungler, sollen sie warnen, was sie wollen Hm Mhm Jetzt links Steppen Mann 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 Wenn du dich dann wirst, denn du kannst eine Stelle zu zeigen Togen gleich erstmal Reporten, ey, für game-leaving hier Hahahaha Definitiii Ihr habt sie nicht ablisert, Gaaah nicht mehr Ja, ich stehe na wende, ja, ich kriegst keine Rewards, weil du auf Kawa hast oder so n Scheiß Fick'n euch selbst, äh. Mann, die kacken Muri. Ist du schon wieder tot? Ja, das ist so armselig. Äh, klappt doch wunderbar bei dir da drüben. So'n gefriedeter Grug-Cliff. Ah, Muri's wieder da. Dreh, tra, trulala. Fäng' ich bei euch aus. Hätt'l ist mess. Die Black-Cord. Rüft zwei. Ihr bleibt beschissen. Läuft schon scheiße, irgendwie. Ich würd' ich mit euch. Sonic, Kev, äh. Ich nicht. Das erklärt schon einiges, ne? Token, Disconnect vor Deutschen. Ah, genau, der von der Playstation ist. Stimmt, das ist ein Teammate im Gegner Team. Ja. Ja. Oh, wir machen die Muri. Und ich bin dann auch auf dem zweiten Account da, bei dem Gegner. Äh, gegen uns wahrscheinlich gerade so. Ja, drauf. Die Gegner in Grugs, wenn ja, das bin ich. Ja, der raues Mord also. Warum ist die so schnell? Und ich nicht. Ich hör' was. Da, Chimera. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Okay. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Mach da nen Camp, aber der ist Level 7. Da muss ich den holen. Ach, der sollte irgendwann mal. Und Sparrow ist da hinten auch. Kann ich den holen? Token ist der Gruppe beigetreten. Ne, du musst in den Jungle gehen. Dann pass... Ja. Achtung, der kommt, der kommt, der kommt. Nein! Ja klar, werde ich in den Jungle gehen, oder? Sparrow! Oh man. Okay, lass'n Tower hier deppen. Muri geht back. Der darf mich halt nicht mehr anspringen. Äh, warum der auch noch? Äh, Crux kommt nach rechts. Komm auch mal. Ich auch. Ja, bleib doch an deinem Tower, der ist sonst direkt. Achso, links. Achso, Grux ist hinten. Hinter uns. Ja eben, deswegen. Ich hab' gern und farm. Hey, warum sind bei dir Minions hinterm Tower, alter? What? Ja. Ich muss hier grad'n Tower weiter machen. Brux ist hier im Jungle, dachte. Ah, da kommt einer zu dir noch, Camera. Oh man, ey. Oh man, ey. Camera. Dann können wir halt nicht mehr safe im Tower stehen. Wenn wir jetzt pushen. Ah, die Runde ist... Ja. Ja. Ah, die haben hinten den Dinger gestellt. Ich drauf. Okay, ich hab's. Zum Glück hast du halt das Diadem dabei. Das heilt mich wenigstens ein bisschen mit hoch, weil ich war grad eben fast tot und hab' jetzt wieder über die Hälfte. Ja, ja. Und ich hab' keinen Heiltrank oder so dabei. Die Karte ist am Anfang halt ultrageil. Ist richtig gut. Oh ja. Es ist so lächerlich, dass er meine Ulti abbrechen kann. Oh ja. Mit dem Pull, ne? Weißt du, wie soll ich das Spiel nicht mehr machen? Weil es einfach... So unausge... Ah, das ist Bullshit einfach. Dem stimme ich zu. Bin schon wieder bei der 95%. Du hast ne verkackte Runde hier, Leute. Ich glaub' du bist... Ja. Verpackt. Ich geh' mal back. Ich kaufe noch ein Item. Ah, ja. Das ist der einzige Weg, dass wir... Kev, kannst du jetzt im Tower gehen? Dann ist der gleich am voll. Ich meine im Prinzip, wenn wir die noch fallen lassen hier, weil äh... Okay. Ich komm' wieder. Ja. Und die Muri? Und die ganzen Minions, die da sind? Ja, ja. Lust drauf. Ja. Falsche Richtung. Die hält einfach krass aus. Ja, Muri. Glaube ich... Das hat mir keine Lebensfragen mehr an. Auch jetzt. E-nicht. Wollt ihr glaub' nicht, was passiert ist? Was ist mit drin? Also. Level 1 zu Krux am Start, ey. Ab jetzt wird gerippt. Ja. Ich hab' das jetzt versteckte Fähigkeit. Bei 4 noch für 20 Minuten nicht. Oh, ich hab' immer noch hin. 34 mit Level 1. Geil. Amara kommt wieder. Mach' den Minion. Mach' den Minion. Ach' dann Kai, komm. Und schon. Und schon. Ich komm' auf Kai. Ich komm' auf Kai. Komm' mal Zeug rechts. Ja, der... Ja, ja, der könnte... Oh, die Ulti rein. Fuck. Ja, 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 ja. Oh. Oh. Der ist Ulti. Ich seh' hier hin. Loll. Ja. Rein, rein, rein. Oh, fuck, kein Mana. Oh, hättest du jetzt noch ne Ulti gehabt, hätten wir zwei gekillt. Eventuell kannst du noch ein Schild gar nicht gegen. Nein, die Tussi kommt weg. Amara down. Einer ist tot. Porten, Porten. Nein, beide kommen weg. Oh, Turner. Mittlerer Tower weg. Loll. Die drauf, die drauf. Wo bist du denn? Einmal noch. Jawoll, alter. Nice. Bluebuff. Nice. Guck mal, zwei für einen. Läuft doch. Ja, das ist ein Ärger. Die Sparrow ist mit einem Millimeter weggekommen. Ja, ja, die, ja, die ist rausgekommen. Der hab ich noch. Der hat, ich hatte sie aber ne Ulti, gell? Ich bin aufm Weg zu dir. Ja, ja. Oh, fuck. Lauf hier hoch, lauf hier hoch. Lauf hier hoch. Ja, ich komm auch, ich bin aufm Weg. Er hat keinen Mana mehr. Er hat keinen Mana mehr. Ganz schade, das ist eh irgendwie... Witz. Ja, mach den, mach den. Ja. Hittet ihn weiter. Ja, hinterher. Ach, lol. Das ist geslaut. Hab ihn. Lol. Egal, den machen wir, den machen wir so. Mhm. Lass mir den... Jawohl. Ja, nein. Der wäre nicht weggekommen. Aber warum, der kommt weg? Ja, ja, ich hab noch DTF. Sorry. DTF noch, oder? DTF noch, oder? Wie, die kriegst du in den Whitecams, kriegst du da hin? Bei dir. Hier. Oder so. Hm, ich kann. Ja, aber es dauert so ewig. Hau einfach mal an den Stein drauf. Ey, das ist voll krass, ich bin schon Level 4. Ey, was geht denn jetzt? Ey. Nein, die war, die war die Treppe oben. Ey, auf der Minimap stand die genau in dir. Die ist rückwärts da hinten hochgelaufen und ich war unten. Hm. So. Kriegen wir nicht, oder? Ja. Ja, warum hält, warum hält denn die Sau so viel aus, ey? Ja. Komm, lass, lass abhauen. Wenn Camera kommt, wir haben keinen Tower. Wir dürfen nicht halt zurück. Hier ist noch ein Wort. Willst du Blue Buff haben? Ja, gerne. Aber lass mich den machen, bitte. Auf die Punkte. Warte, ich geh in Reisemodus, dann slowen wir sie. Mit Blue Buff. Okay. Komm drauf. Ja. Jo. Schau, ist raus. Nein. Ah. Sorry. Ey, irgendwie ist voll komisch, wenn ich... Du kannst ruhig draufhauen, nur den Lasten brauch ich. Push mal ein bisschen mit. Will sterben. Ja, ich hab wenig Leben, ich will jetzt umgehen sterben. Lass einfach die Minions da reinpushen, ich geh back. Ich hab sechs Punkte, ich geh zurück. Komm mal hier noch einen Stein drauf. Obwohl... Ich hab ein Wort, passt schon. Noch kommt hier keiner. Drugs kommen nach rechts. Dann geh back. Noch Drugs kommt. Noch mal ein bisschen. Ja, also... Ja, bist du, haben die E1 geplaced, oder? Ja, aber die können wir ja eigentlich mal kaputt machen. Ich meine, die Gegner haben die anderen. Rechts ist geplaced, ja. Ja, aber jetzt noch nicht. Das lohnt sich nicht. Lohnt sich schon, aber... Linker Tower ist jetzt weg. In der Zeit krieg ich woanders mehr Punkte. Ja, EG war back. Na, warum? Da ist doch E1 und... Ja bitte, ja bitte. Ja, aber... Wir fighten hier die ganze Zeit so übel, weil es... Der Brax macht gerade rechts seinen Harvestill leer. So... Ja, lass holen. Ja, die Minions machen mich hier schon holen. Sollen wir gucken gehen? Äh, er geht... Er läuft in den Jungle rein. Ähm... Einen Tower haben wir. Boah, Mitte ist Tower, oder? Was ist hinten am Widecamp? Das ist ja... Das muss ich aufhören. Der wird wahrscheinlich jetzt defen wollen. Lass mal rechts durchziehen, weil... Guck mal, Meteor drauf. EG hat halt links Probleme. Lass mal alle nach links kurz rotieren, die ihn wegsneeten. Äh, Sparrow ist Mitte jetzt hier irgendwie am Gammel. Ja, ja. Lass die irgendwie holen. Und dann kurz nach links, damit wir halt wieder irgendwie einen Killvorteil haben. Können wir gerade eh, aber... Noch ein bisschen ausbauen. Lola ist komplett nach links. Guck. Du musst dir den Grax pushen. Ja, ne, komm mit. Wack, 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 wack. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Dann zieh ich... Dann drück ich die Ult hier rein. Token, ich warte auf dich. Äh, ich bin eh, Lola. Das bringt nichts. Ja, geh da rein, geh da rein, aber. Ich krieg den Grax nicht kaputt. Weil... Ich bearbeite den jetzt richtig. Der ist ja bis 12, aber warum? Hol sie dir. Sehr nice. Dann zieht links. Ähm, Mitte Sparrow. Jawoll. Sehr schön. Tower holen. Ja. Lass die auch holen, komm. Iggy schafft es hier alleine. Komm mit, aber ich hab hier keine Chance, irgendwas zu machen. Obwohl, ich hab einen Kill, ne? Bin da besiegt. Dann beeilung. Oh, die... Oh, die holen los. Die sind direkt Ulti. Die müssen dann nicht wegkommen. Aber fass auf, die haben noch ne... Dings. Ey, wo ist ein Chimera und ein Muri? Machen die vielleicht den OP oder so? Ne, oder? Ich geh in den Jungle. Die easy man da jetzt rauskommt aus der Ulti. Das ist doch nix. Ja, ne. Wo ist denn die hin? Ach geil. Oh, hier. Nein, wie er das einfach knallhart überlebt. Der Pennai. Alter, wie kann man so ne Sonne haben? Ich hätte noch ein Bällchen schießen sollen erst. Kannst du die, glaub, vorher slowen, Timo? Mit der Rechtsklick? Ich hab sie nicht getroffen. Oder? Du brauchst mir nicht sagen, wie man den spielt. Weil ich dachte nie, dass das noch... Also das ist schon immer so... Ich hab Tower geholt, leider. Mit was denn? Mit der Rechtsklick? Nice. Doch, schon mal. Ja, doch, doch. Da kommen wir zu los. Iggy ist gut im Deffen. Also Iggy ist nicht gut im Pushen. War schon. Iggy hätte den Tower doch kaputt machen können vorhin. Nö. Ja, aber ich geh jetzt erstmal weg. Aber ich geh jetzt erstmal weg. Ich geh jetzt erstmal weg. Sparrow, Achtung. Naja, ich kann ulten. Wow, Iggy kriegt... Ey, den ist ein Typ, da kenn ich diesen M1M Deleguto oder was. Ich glaub, der hatten wir doch eben im Gegenteil. Okay, Iggy. Alter, Iggy. Ja, der ist down, der ist zu blutig. Ich geh hin, ich geh hin. Narin, komm zurück. Wenn du hingehst, ultig. Ja, das war scheiße. Nein. Ja, lass mal nach links. Sehr gut. Oh, ich geh rechts, Stephanie. Ich hab dich wieder ready. Ich krieg hier alles ab, Alter. Grax ist fast tot. Mach ihn! Mach den Grax! Boah, das war richtig rambazamba. Alter! Warum nicht, Mann? Grax hat einen Millimeter. Ich hab keinen GTA V mehr, der... Ich hab schon einen gekillt. GTA V in den Jungle runter, irgendwie. Aber wohin? Mori, okay. Mori haut ab. Da war sie. Scheiße. Ja. Ich hab kein... Ich hab kein Leben mehr. Holte ich die Sparrow in der Mitte lieber. Du hast kein Live, ne? Nee. Machst du nicht alleine. Einer muss jetzt aber mit in die Mitte. Doch nicht. Ja. Auf den Weg. Der holte ich Sparrow einfach gemeinsam. Uff, weg. Uff, weg. Pain. Ja, die ist weg. Ich hab gezogen, oder? Nee, da ist sie. In den Jungle. Die kommt... Ja, genau. Lol. Lol. Lol, kommt jemand. Kommt, kommt, kommt. Lol, die ist weggebling. Ja, ja. Ist mittlerweile Standard. Lol, hat sie ge... Bling, oder was? Alter. Jetzt hat sie nicht mehr. Echt? Ja, ja, das ist halt alles... Schaube, toll. Geh mal. Halt einfach mal... Flasher. Na ja. Das sind doch die Minions, ne? Die Minions. Das muss auch weg. Ich bin nur kurz... Oh, ich korte mal. OP machen, oder was? Ja, den muss einer tanken können. Das ist nach dem nächsten Mal. Das ist unser Iggy eigentlich. Rob machen. Ja. Ja, oder so. Ach, ich schilde euch. Ach lol, wir haben mittlerweile Gleichstand. Ja, ja, wir haben den Push nach links, haben wir gut aufgeholt. Ah, Türme meinst du? Türme sind Gleichstand, ja. Wir führen jetzt. Guck mal, Token hat dasselbe Level wie die Muri von den Gegnern. Hab schon wieder aufgeholt. Er hat jetzt wie viele Punkte? 42. Achso, nee, warte mal. Ich hab geguckt. 24. Und bei denen hat die Muri... Nee. 24. Guck mal, du hast nur zwei Punkte weniger als der gegnerische Chimera. Jo, lass Iggy. Ja. Ja. Ich bin von Anfang an dabei gehabt. Aber egal, wir geben dich auf, wir schaffen das. Das ist dann doch eigentlich so. Ja, hier sind voll viele, Alter. Vorsicht, der Muri ist da jetzt hier und... Mhm. Ich hab halt so viel Last aus dem Muri. Verdammt. Ruhig 15 Minuten. In der Mitte kann man mal ein bisschen Rambazamba machen. Echt sind halt auch zwei. Ja, ich komm vom Jungle. Ja? Die haben bei mir aber gewonnen. Auf die Muri, komm. Rechts sind zwei. Mach du einen Grugs, komm noch. Ja, wir müssen rechts nach rechts rotate. Wir machen sonst. Ja, ja, ja. Wo's er geht? Ja, komm, alle nach rechts, alle nach rechts. Ich mach schon. Ich lass mal gleich nach rechts. Ja, auf den Weg. Auf den Weg. Nee. Die ist auch nach rechts geultet, glaub ich. Die ist noch hier, nee. Du bist noch rechts. Okay, ich komm mit alle. Nee, die ist noch hier. Oh, komm, komm mit. Ja, komm mit alle. So. Ich wusste nicht, dass ich die geultet hab. Nice, Timo. Ich ult auf dich. Wir sind hier. Wir sind hier. Oh, durch die Ulti. Bist du gestorben, Alter. Wo seid ihr? Wo ist der Ref? Ja, wir haben einen der Ulti abgebrochen. Das ist so dumm. Das ist so schwachsinnig, dass sowas funktioniert. In keinem Spiel, in keinem MOBA kannst du die Ulti abbrechen. So, halt in der Art. Wer blockt mich da? Alter Minion, nein! Muss gegen sowas immun sein. In dem Moment. Nee, was? Alter, ein Minion hat mich geblockt. Vielleicht darfst du nicht... Nein! Ich wär weggekommen, ey. Mann. Ein Millimeter. Also, ihr hättet warten müssen bis wir alle da sind, Alter. Als ihr da reingegangt. Weil ihr war zu zweit gegen vier oder fünf oder so. Nö. Ja, ne ich musste ja erst mal rechts aus dem Jungle, und da mussten wir an zwei main, weil ich vorbei bin. Wir sind alle so low, weil ich schon zwei von denen in den Tower gezogen hab. Loll! Nicer Hook! Was? Die große Chance liegt jetzt bei EG. Huck ihn! Macht nichts draus. Loll! Das lässt er sich noch von den Towern da killen. Einer muss gleich nach links. Aber okay wir haben zwar jetzt den Fight verloren. Aber kein Tower. Wenn gleich einer noch nach links geht. Weil die haben Slowpush links. Ich mach dem halt gar kein Damage dem Typ. Der hat so krass Leben dabei. Ich hab halt auch leider noch nichts. Bei Lord! Was ist denn das jetzt? Ich stand da jetzt eigentlich die ganze Zeit nur daneben. Und hab versucht. Die eine Richtung zu ziehen. Und die andere nicht zu sterben. Ja und teilweise auch nur 33 Kartenpunkte. Das kann auch. Du kannst schon komplett in den Fight gehen. Machen die OP vielleicht? Mh. Da ist man die glaub ich grad. Ich glaub die machen. Ich glaub die machen. Könnt ihr unterbrechen? Ja die machen. Oder versuchen zu klauen. Was? 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 Ich ... Was das? Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Es ist so. Ich muss mal aufpassen, wenn wir nicht so weit irgendwo hingehen. Ne, aber Cap ist halt auch genau da lang gelaufen, aber der stand im Shadow Path. Das hat halt auch auf mich gewartet, weil... Loil, wie schnell hat denn der den jetzt bekommen? Dann pusht Mitte noch ne Wave oder so? Wie schnell, ey? Der hat den alleine gemacht, oder was? Oh, okay. Kein Meryl Bonds im Jungle. Alle Gegner sind am Leben und keiner ist auf der Karte irgendwo zu sehen. Wahrscheinlich Sparrow ist auch noch dabei. Dann stehe ich an die Tower. Sonic geht zurück. Deswegen habe ich da eigentlich gemeint, dass du zum Tower da bist. Kein Meryl von hinten, Timo, pass auf. Ich hab da eigentlich voll Kacke für die Karte. Nee, der Krux nicht. Oder der Kamerra... Naja, der Tower... Oh, die habt auch nicht so viel mehr. Ja, guck, schon wieder abgebrochen. Egal was ich die machen, Sparrow, 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 Sparrow. Pass aufgeben bitte. Ja, wie er geultet wird. Schön. Ja, weiß ich nicht, ey. Hm. Wer geht das noch? Doch, das können wir noch. Also, der geht mir jetzt noch nicht auf. 5 Minuten. Kommt ihr noch? Oder... Ja, IG... Ich hab einen. Aber der reicht nicht für den Krux. Dann hast du einen GTF auch nicht, ne? Dann schießt ihr doch ab. Wo seid ihr, Leute? Seid ihr da? Lol. Komm auf die Muri. Seid ihr Reisemodus? Da steht noch ein IG-Turm, Alter. Alter, da sind die alle weggekommen. Aber egal, wir haben einen Tower bekommen. Oder? Nee, scheiße. Das reicht nicht. Alter. Hier war aber nur ein Tower bekommen. Ah. Müssen wir das sehen. Alter. Guck mal, obwohl die den Orb haben... Rechts die Sparrow können wir uns schnappen. Hm. Äh... Hast du Ulti? Ja. Und dann ziehen wir einfach komplett durch. Wo laufen die hin? Ja. Die läuft in der Mitte lang. IG, komm. Holzeih. Holzeih. End ihr zu lange? Nee, oder? Alter, jetzt wird sie geholtet und der hat noch einen Blink, Alter. Ja. Kannst du IG ulten? Ja. Okay, IG hat sie. Jetzt machen wir hier die alte noch. Ja. Das ist laut. Schön, 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 schön. Red Buff? Schön, Leute. Egal. Oh, wir killen. Ja, Drax ist da. Ja. Nächstes die kleinen Minions im Vorbeigehen. Da kommt Krux. Heißt, es hat der den Red Buff bekommen. Nein, Krux, komm. Ich komme auch noch. Ich bin dran, aber... Oh Gott. Oh, da kommt noch IG. Egal, auf Krux. Ah, ich bin tot. LOL. Na, Krux, wo seid ihr alle? Nein. Fuck. Ich wollte gerade noch GDW machen, es ging nicht mehr. Weil ich... Ich bin irgendwie gesprucht. Ich bin da. Mach was draus. Nein. Go, 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 nein. Ja, bring dich. Bring dich. Mach keinen Schaden. Token, du musst da hin. Mach irgendwas. Ich hab keine Mana-Kin, gar nichts. Alter, was... Wie spielt denn der? Guck mal, der jetzt Rüstung... Energierüstung hat der. And all a double kill. And all a double kill. Er hat drei Dinger... Der hat hier 900 Leben dabei. Dann hat er hier nochmal 300. Also 1200 extra Leben. Dann hat er hier nochmal 300. 1500 extra Leben. Dann hat er Rüstung krass. Und ein bisschen... Alter, der hat fast gar kein Damage dabei. Der hat ein Damage-Item, wo eine Damage-Karte drin ist. Links muss einer rotaten gleich. Warks viel leicht. Dann pullst du dir die Wave. 013. Wir müssen mehr Warden auch. Und zwar zwei Wards bei denen im Jungle, aber... Sparrow kommt gleich zu dir. Du. Ne, geht in die Mitte wieder. Mach dann noch eine Wave oder so. Wer ist zu dir? Und dann vielleicht ein bisschen zurück. Wir müssen auch die... Die, äh... Links hier. Das sind Warden. Iggy macht einen Blue. Sparrow in der Mitte. Einer muss rechts. Ich fixe hier die Sparrow ein bisschen an. Ja, ich gehe rechts. Die, den gehst du auch mit rechts. Boah, bist du da. Alter, kannst du mich ulten? Schnell. Egal. Ich bin tot, ich bin tot. Das war's. Hättest du schneller machen. Ist der Tower, oder? Ja, ist... Ist der Tower doch ziemlich alt. Alter, lol. Die hat dich um... Mit einem Damage-Item dich umkloppt, ey. Der Iggy muss jetzt den Orb machen. Ja, lol. Zieht euch den Rux rein! Ja, hab ich den Rux bekommen. Mach der auch Damage, Mann. Lol. Und der kriegt noch was? Komm mal, Damage, Iggy! Ja. Iggy, mach doch den OP, Alter, oder so. Alter. Ja, die Movie killt, Alter. Mitte, Mitte. Turner, schnell. Der Inhip fällt. Okay, Inhip down. Du musst Sven dann direkt Ulti zünden, wenn du da bist. Lauf! Porten oder so. Zünde Ulti! Port und Ulti! Oh lol, war das knapp! Oh, der geht halt nicht drauf. Der geht lieber weg. Ja, jetzt Camara da, Sparrow da. Camara bootert ihn weg. Jetzt machen die Orb. Ja, das bringt nichts. Ey, der Iggy ist so used, wenn's gewesen wäre, ey. Wir sind jetzt schnell dahin, die gehen zum OP. Der ist wahrscheinlich jetzt schon down. Alter, ich bin so langsam. Ja, eben. Der ist tot, komm, kurz vergessen, der war schon angezockt. Ah, fuck. Wir hören mit, du einfach tower-däuern. Einer muss rechts dann noch pushen. Äh, kann man dann bitte... Ja, warte, bis ein Inne fällt, komm. Ja, lass rauf gehen, das ist... Fahne. Wenn rechts noch einer kurz pusht. Ja, okay. Komm. Äh, Mitte über die, nicht tower. Ja, ja, alles gut. Ja, ja. Haben jetzt eigentlich alle fünf den Prime-Buff, oder nicht alle? Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, wir dürfen jetzt kein Inne verlieren, wir müssen unbedingt die Mitte pushen. Wir dürfen die gar nicht, äh, zum Inne kommen lassen. Ich hab'n Black-Buff. Frei in der Mitte. Versuch rechts. Ey, lasst... Turner, äh, Token, lasst mal rechts gehen. Geht ihr alle in die Mitte und wir gehen rechts. Dann müssen da welche back. Ja, egal, dann sollen sie uns ficken. Die ficken doch auch jetzt unseren, äh, OP. Ja, die werden uns ficken. Äh, unseren. Da ist Sparrow. Egal, hol den Tower. Mach mal den... Ah, scheiße. Da ist Camera und hier ist Sparrow irgendwo. Das ist so lächerlich. Ja, das ist für ein Arsch. Brauchst mich nicht holen. Ich finde den nix. Hä, aber seit man kann Rugs wie Ablech machen. Die Sparrow pack ich überhaupt nicht, ey. So useless. Das ist so lächerlich. Ja, das man die Ulti so leicht abbrechen kann, ist echt scheiße. Völlig. Das ist ja komplett useless. Ja, finde ich nicht. Du kannst ihn halt nicht gegen jeden spielen. Muss halt dann irgendwie... Ja, du kannst ihn gegen Camera nicht spielen, weil Camera springen kann so. Aber sobald Camera springt, dann muss man halt danach die Ulti zünden. Weil alles, was ihn aus der Luft fischen kann, kann ja die Ulti abbrechen. Ja, einer von euch muss gleich links. Oh, der. Ja, weiß nicht. Bist du scheiße. Alter, mach, stell doch mal Türme, Igi. Die sind doch weg, aber... Ja, aber trotzdem muss einer links. Lol, einer tot. Geht ihr hin! Links, Leute! Immer noch! Ja, Turner links! Oh, links! Turner, was machst du denn? Der was? Nein, ist noch nicht verloren. Regt euch doch mal nicht auf, das Spiel ist doch eh verloren. Ist doch gar kein In-Lip da, hol! Ich war in der base, natürlich ist es verloren. Ist doch gar nix verloren, ja. Wenn Iggy das noch kurz halten kann, genau, die haben keinen Prime mehr und wenn unser Inip gereckt ist, ich bin wieder da. Alter, sind wir lange tot. Also vorgebildet, oder? Passt. Keine Kartenpunkte. Nein. Egal, dann drüben halt. Alter, was war das denn? Alter, weiß ich nicht. Jetzt ist die alte Welt. Rechts ist Sparrow. Mann, der muss rechts. Geh rechts. Toll. Mann, mach doch Reisemodus an. Was? Womit hat sie mich gekillt? Alter, warum geht denn die so ab, ey? Okay. Kann man denn so abgehen? Yeah. Nice Ulti. Guck, jetzt kann er gar nichts machen gegen dich. Nice. Oh lol. Wie krass tanky er einfach ist. Ja, aber trotzdem, ey. Der hat ja noch ne Queue abbekommen. Der hat doch grad chillt. Der ist trotzdem nicht gestorben. Guck mal, Turner baut voll Damage, ey. Okay, einmal kurz leben, aber sonst alles Damage. Ja. Wie viel Durchdringung hast du denn? Wie viel Durchdringung hast du denn? Wie viel Durchdringung hast du denn? 16. Ja, du bräuchtest noch ein bisschen mehr Durchdringung. Geht trotzdem nix. Hotback. Das I-ing. Äh, ah, hier. Ja, aber auch nicht viel. Ja, aber auch nicht viel. Ich hab zum Beispiel im Schutztotem hab ich 112. Dann in der Schattenschriftrolle nochmal 16. Also 128 dann insgesamt. Weil der hat Rüstung. Ähm. Alles ordentlich. Wo ist es? 176. Also hab ich immer noch weniger Durchdringung, als er Rüstung hat. Orb ist jetzt da. Wir müssen jetzt gleich zum Orb. Ja, lass den mal machen. Der fiel noch kurz, dann ulti ich rüber. Ja, 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 Turner, ja, ja. Ne, der kommt vom Himmel. Da schießt er was richtig hoch. Ne. Der fällt vom Himmel dann da runter und dann. Ach lol, wie abgefallen ist das denn? Ja, ich bin auch auf dem Weg. Okay. Ja, ich bin schon mal da. Lol. Oh, die machen den schon. Die sind zu dritt schon down. Keine Chance. Und down. Ja, wir weinen jetzt richtig schnell. Wir weinen jetzt richtig schnell. Wollt ihr aufgeben? Nee. Das können wir eigentlich aufgeben. Das macht nicht mehr viel Sinn. Ja, aber das... Ich weiß nicht, wir haben den Buff. Die können einfach backdornen. Ja. Das ist schon richtig. Ja. Das ist schon richtig. Ja. Ja. Die Sparrow, die fickt mich. Komm einfach drauf. Sonic. Mit der Faust drauf. Komm, Mau, ich geh auch rein. Jetzt hier oben. Komm einfach rein. Komm einfach rein. Ja, einfach voll rein. Waaah. Ja, Mann, Timo. Ja, komm. Das ist der Sprung von ihm, der abbricht. Der bricht sich mit der Ulti ab. Nein, das ist der Sprung. Ich sag's dir. Nein, 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 nein. Der hat die Ulti gemacht. Die Ulti. Der Sprung ist aber nicht. Nein, der hat die Ulti gemacht, so in die Luft. Pfff. Und dann hat's abgebrochen. Ja, ja, der Grugs beim Ranziehen. Genauso sieht der Hook von Richtor. Der, die Rechtsklick von, also der Sprung von Chimera. Ähm. Die Q. Ja, genau. Wegstoßen kannst du ihn. Ja, alles CC Sachen. Du kannst ihn auch mit Murdoch einfach wegstoßen. Das reicht auch. Das ist so nett. Das ist aber... Ja. Guck mal, Iggy war eigentlich ganz gut. Keine Ahnung. Also eine würde ich noch mitspielen. Dann würde ich mich wieder ins Kopf legen. Ja. Gut, Heimerillos. Bedankt mich fürs Zuschauen. Dann machen wir noch eine letzte Folge. Und dann sehen wir uns erst wieder, wenn wir die neue Map draußen ist. Also bis zur nächsten Folge. Stay BAM. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsproben.